Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Power Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es zu tun heute mit 7 Updates, 19 neuen Mods und einer neuen Karte. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Stefan, Tommy, Lukas und Roland für die Abos. Ganz ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir erst mit dem Update und das erste Update kommt für den Ponce Buffalo Autoload Wood von Kenny456 und Marhu, Downloadgröße 17,05 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der ChangeLog sagt, Kollision über dem Fahrzeug entfernt. Das zweite Update kommt für den Unia Kornik XL 2.8, dieser kommt von Camille R1 und Pathologia, Downloadgröße 4,42 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der ChangeLog sagt, Foliage Bending verbessert. Die Biogasanlage 150 kW von Vertex Design kriegt das nächste Update. Downloadgröße 35,33 MB, jetzt in der Version 1.0.2.0 und ist für alle Plattformen. Der ChangeLog sagt, Shared Throughput Capacity auf False gestellt, Input und Output Werte angepasst. Als nächstes kommen wir zu der Maschinenhalle von 20 mm Normandy und Dutch Modding Incorporation, Downloadgröße 2,63 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der ChangeLog sagt, Festes Schneedach, Okludernahme korrigiert und MP Fix. Das nächste Update kommt für den Parkplatz von Cookie Cat, Downloadgröße 28,35 MB, in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Das Änderungsprotokoll sagt, Kollision auf sechs kleinen Parkplätzen behoben, reduzierte Slotanzahl für die Konsole, zwei kleine Parklücken durch zwei kleine Verlängerungen ersetzt, zwei lange Erweiterungen hinzugefügt, drei Übersetzungen Deutsch, Französisch, Spanisch hinzugefügt. Das war einmal ein Update da, das war ein bisschen komisch, da hieß es, reduzierte Slotanzahl für Konsolen wurde aber nur freigegeben für PC und Mac. Jetzt ist es komplett und korrekt auch da. Die Info-Display-Erweiterung kriegt das nächste Update, kommt von Akimobil, Downloadgröße 15 MB, in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für PC und Mac. Der ChangeLog sagt, Revamp-Texte entfernt und Anpassungen in Produktionen deaktiviert, wenn Revamp genutzt wird, Silo-Info Einzelkapazitäten anzeigen, wenn diese im Silo-Profil-Type definiert sind, Silo-Info alphabetisch sortiert, Silo-Info Anzeige der Anzahl der Elemente, die wegen Platzmangel nicht angezeigt werden können, Fütterungsroboter-Info Anzeige der Kapazitäten eingefügt. Wir kommen zum letzten Update und zwar ist dies, achte auf dein Stroh von Vertex Float, Downloadgröße 13 MB, jetzt in der Version 1.0.0.4 und ist für PC und Mac. Der ChangeLog sagt, Verbesserter und übersichtlicher Code, verbesserte Kompatibilität mit Precision Farming. Dann kommen wir zu der neuen Karte, die heißt Q-Farm, kommt von ABT-Frankie, Downloadgröße 146,64 MB, in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Willkommen auf der Q-Farm. Es ist eine imaginäre Karte, auf der ich versucht habe, so viele Kuhställe wie möglich zu bauen und auch andere Tiere unterzubringen. Auf der Karte befinden sich 20 Grundstücke, es gibt kleine und große Grundstücke, Tiere aus dem Basis-Game, 3.500 Kühe und 2.000 Schafe, Standard-Fruchtarten, BGA, Beleuchtung ist vorhanden, auf der Map befinden sich auch ein Waldgebiet und natürliche Wasserquellen. Danke an die Modder, die mich ihrer Mods verwenden lassen. Es gibt leistungsfähige Maschinen. Wenn wir als neuer Farmer in die Karte kommen, dann stehen wir hier an diesem französischen Farmhaus. Wir haben hier in der Garage drin, haben wir unseren Pickup, den umgekleidet Trigger und wir haben den Schlafträger natürlich hier. Des Weiteren schauen wir ganz kurz auf die PDA, weil hier einiges komisch ist, was ich nicht ganz verstehe. Und zwar, wenn wir als neuer Farmer starten, dann haben wir Landstück Nummer 10, 13 und Nummer 15. Das sind die drei, sagen wir mal, ziemlich großen Felder, die wir schon besitzen. Feld 10 beträgt 9 Hektar, Feld 13 knappe 10 Hektar und das Feld 15 ist 14 Hektar groß. Wir haben keinen Hof zugewiesen, also es gibt hier nichts, was auf dem Hof blau ist. Jedoch ist der Haupthof hier und da stehen auch alle unsere Gerätschaften usw. da. Um diesen Plot zu kaufen, bräuchte man knappe 500.000 Euro, was man natürlich als neuer Farmer nicht hat. Deswegen finde ich das schon mal ein bisschen komisch. Ich kaufe jetzt trotzdem mal dieses Stück Land, damit das korrekt ist, sodass wir einen Zugriff auf das Land haben. Und machen mal kurz hier einen Rundgang. Wir haben hier einen großen Unterstand, haben hier ein Mähwerk für einen Glasdrescher stehen. Des Weiteren haben wir hier einen 92,50er Case Drescher mit dem Maisgebiss. Dann haben wir hier einen weiteren Unterstand. Wir gehen danach natürlich die Details des Fuhrparks natürlich genauer noch durch. Einen weiteren Unterstand. Hier gibt es zwei Dreierhallen, die auch zum Hof gehören. Die sind leer. Dann haben wir hier noch einmal einen Unterstand. Da gibt es noch mal mehr Werkzeuge und Traktoren, die da stehen. Wir haben einen zweiten Drescher. Hier haben wir auch das Maisgebiss stehen. Des Weiteren haben wir hier den Shop. Und wir haben hier den Reparatur-Trigger. Und wir haben zwei Kirche hier auf dem Haupthuf stehen. Des Weiteren zum Hof gehören sind diese Tanks hier. Also einmal für Diesel und auch noch mal für Diesel. Und die sind beide schon gefüllt. Des Weiteren haben wir hier ein normales Schneidwerk für den Drescher. Hier haben wir einen Underbelly-Anhänger mit drei Kammern. Dann haben wir hier noch einen Mack Truck. Einen kleinen Unterstand haben wir hier auch. Hier drüben haben wir auch noch mal zwei Unterstände. Des Weiteren haben wir hier ein Silo stehen mit Saatgut. Und das ist auch gefüllt. 27.000 Liter. Ein Kauf-Abhol-Silo. Hier haben wir Mineraldünger drin. Das ist dasselbe. Hier haben wir natürlich einen Wasserholpunkt. Dann haben wir unser Hof-Silo da stehen. Da ist auch schon einiges drin. Also 34 Kubikmeter Gerste, 52 Kubikmeter Hafer, 25 Kubik Mais, 30 Kubik Raps, 35 Kubik Sojabohnen und 45 Kubik Weizen. Das ist hier gelagert. Benutzte Kapazität, das sind also 221, knappe 222.000 Liter sind hier schon gelagert. Gesamtkapazität ist 800.000 Liter. Hier haben wir einen Verkaufspunkt. Den schauen wir uns natürlich nachher auch noch einmal an. Hier haben wir noch einen weiteren Unterstand. Der Aussagekalender ist der Standardkalender. Hat keine Zusatzfrüchte. Der Fuhrpark ist ziemlich üppig, den wir bekommen. Und zwar haben wir bei den Großtraktoren drei Traktoren, die zum Hof gehören. Den 39er Terratrack, den Fendt 1038 und den Magnum 340 CVX Drive. Das sind die drei Großtraktoren, die zum Hof gehören. Also nicht schlecht. Wir haben den MagTrak, den haben wir schon gesehen. Dann haben wir die zwei Mildrescher. Einmal einen Lexion 8900 und einen Case IH Axelflow 9250. Den haben wir auch schon gesehen. Des Weiteren haben wir einen Vertimix von Strautmann. Den sehen wir uns nachher an. Dann haben wir natürlich unseren Pickup. Wir haben den Anhänger, und zwar den Triple Hopper. Und wir haben einmal noch einen Agro Liner MUK303. Natürlich haben wir Schneidwerke. Dann haben wir das Teraflex 45 Fuß für Case. Und dann das Convio Flex für den Glasdrescher. Maisplücke haben auch jeweils ein Maisgebiss da. Wir haben einen Steinsammler. Wir haben eine Scheibenegge, einen Tiefenlockerer, eine Seetechnik, also eine Seemaschine. Und zwar ist das eine Direktsaatmaschine. Und wir haben einen Kalkstreuer, wie auch einen Transportwagen für das Schneidewerk. Also ziemlich gut ausgerüstet sind wir schon. Auch wenn auf der PDA angezeigt wird, dass wir kein weiteres Land besitzen, haben wir im Tiermenü schon ersichtlich, dass wir beim Schafstahl groß schon 2000 Schafe haben. Die sind voll gefüttert hier. Die haben alles da, was sie brauchen. Des Weiteren sehen wir beim Kuhstahl groß, dass wir auch 2000 Kühe schon da haben. Da ist noch etwas Stroh da. Da ist auch etwas Futter da. Das heißt, wir haben da ein bisschen Zeit. Aber ich sage euch, 2000 Kühe konsumieren eine Riesenmenge an Mischrationen. Deswegen müsste man hier sofort starten mit der Produktion des Mischfutters. Daher komme ich wirklich nicht ganz klar. Die Tiergehege gehören zu dem Hof dazu, aber es gehört nicht zu unserem Land. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum Kuhstahl hoch, damit wir sehen, wie der ausschaut und wie das ausgeht hier. So, ich habe mich hochgebeamt, ganz kurz. Hier haben wir den Milchtank. Hier haben wir einen Unterstand. Hier haben wir ein großes Keil-Silo, wo man dann natürlich auch entsprechend Silage erstellen kann. Wir haben einen Misthaufen hier, der ist leer. 4 Millionen Liter. Hier haben wir die Düngegrube, die natürlich auch entsprechend zu benutzen ist. Das ist ein Wassertank, den brauchen wir aber nicht befüllen. Das wird automatisch gemacht. Und hier haben wir diesen Kuhstall. Und ihr könnt sehen, der ist nicht groß, sondern das folgende. Also extrem, extrem gigantisch. Hier haben wir auch den selbstfahrenden Futtermischer. Das ist dieser Strautmann hier. Den haben wir vorhin gesehen gehabt. Und das Tiermenü verrät uns, dass hier insgesamt 3.500 Kühe reinpassen. Und 2.000 sind schon drin. Zweimal Fleischkühe und zweimal Milchkuh. Also wenn man das Stück Land hier kauft, dann hat man Zugriff auf die ganze Grasfläche hier. Ich habe allerdings noch keinen Weg gefunden, wie ich hier reinkomme auf dieses Gelände hier. Dieses Gelände ist frei zugänglich, das ist kein Problem. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach drüben, weil da drüben ist nämlich unser Schafstall. Und da haben wir ja auch schon etwas an Tieren, die zum Hof gehören. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, die 2.000 Schafe. Also der ist Vollbestand. Da könnte man eventuell ein bisschen Platz schaffen, wenn man Jungtiere haben möchte. Hier hat man natürlich Zugriff auf das Land, das ist klar. Und hier gibt es natürlich auch eine riesengroße Fläche zum Mähen. Also hier kann man einiges runterholen, kann man auch brauchen für die Kühe. Da hat man also einiges an Arbeit hier. Wir schauen mal an, welche Produktionen verbaut sind. Und wir sehen, wir haben zwei Produktionsstädte, die verbaut sind. Das eine ist das Sägewerk. Und zum anderen ist es die Verkaufsstelle für Wolle. Ladestationen haben wir natürlich auch. Das sind vor allem die von unserem Hof. Das sind die Silos, die wir schon gesehen haben. Dann haben wir hier den Misthaufen, der hier zu erkennen ist. Dann haben wir Abladestationen, wo wir Sachen verkaufen können. Und zwar haben wir die östliche Getreidemühle, dann haben wir den Ballenverkauf, den Hofladen. Der nimmt quasi alles an. Die Getreidemühle, das ist ein Verkaufspunkt, unser Silo. Hier unten ist der Ballenverkauf und noch die südliche Getreidemühle. Des Weiteren haben wir auch hier natürlich und den Fahrzeughändler. Der ist direkt am Hof, das Farmhaus und hier haben wir den Viehhandel. Wir schauen uns kurz den Verkaufskatalog an. Und wir können also tatsächlich feststellen, dass es eigentlich für alles Verkaufspunkte gibt. Wir gehen kurz auf einen kleinen, ganz kurzen Rundflug, weil viel gibt es wirklich nicht zu sehen hier. Hier gibt es ein Forstgebiet, aber das wird schwierig werden hier mit der Forstwirtschaft. Das sind nicht die guten Bäume für die Forstwirtschaft. Das ist hier ziemlich schwierig. Hier unten haben wir eine BGA, wir haben das Sägewerk und verschiedene andere Punkte auch hier. Das ist dann wahrscheinlich eher das Forstgebiet, was mir Spaß macht. Wir haben hier unten noch einmal eine riesengroße Grünfläche, die natürlich genutzt werden kann. Die Felder sind im mittleren und größeren Stil. Schön ist die eingebunden ins Umland. Die Karte ist natürlich wirklich darauf ausgelegt, die enorme Tierhaltung hier ermöglichen zu können. Hier unten gibt es so Kanäle. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist nicht unbedingt helferfreundlich. Aber auf jeden Fall, die Felder sind quadratisch praktisch gut. Hier unten haben wir auch noch ein großes Gebiet, wo Schweineställe verbaut sind. Da passen also jeweils in die großen Ställe 270 Schweinereien. Da gibt es einiges zu tun, hier auch bei der Schweinezucht gibt es einiges zu tun. Die Futtersilos für die Schweine sind alle komplett leer. Das heißt, hier muss man erstmal ein bisschen vorarbeiten, bevor man die Schweine haben kann. Hier gibt es noch drei kleinere Ställe. Das sind dann 108 Schweine, die da reingehen. Ihr könnt es selber sehen. Das sind also acht große Ställe mit 270 Schweinen pro Stall. Plus noch dreimal 108 Schweine hier. Auch hier eine enorme Produktion, die von unten ist, wenn man diese alle selbst versorgen möchte. Das heißt, man muss da einiges tun, um für alle Tiere entsprechend die Nahrung für das Jahr ernten und erarbeiten zu können. Ja, das ist der Überblick gewesen. Über diese Karte hier wäre es jetzt eigentlich Zeit zu sagen, es geht weiter zu der ersten neuen Mod. Und die nächste neue Mod heißt Case IH Puma CVX 175 Stage 5 von STV Modding. Downloadgröße 26,8, 8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer Leistung von standardmäßigen 165 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 250 Liter, 39 Liter DEV, 53 kmh ist die maximal Geschwindigkeit, wiegt 6,8 Tonnen und kostet 158.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mithas, BKT, Friedestein und Trelleborg. Die Innenraumfarbe kann geändert werden und zwar ist sie erstmal schwarz, dann kann rot eingebaut werden oder wieder schwarz. Dann gibt es die Konfiguration vorne, 3 Punkt oder Frontgewicht, was dann quasi 100 Kilo hinzufügt. Und dann wieder zurück zu 3 Punkt Motorenausführung haben wir die 165 CVX mit 165 PS, die 175 CVX mit 175 PS und zurück zu 165er. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen rot, spezial, schwarz und grau. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen grau, silber, spezial und schwarz. Die nächste neue Mod heißt KFMR Kukowiak Apollo 1015 PHX. Diese kommt von Kulfabski Modding Company, Downloadgröße 7,06 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Spritze mit einem Volumen von 1000 Liter, wiegt 1,7 Tonnen, hat eine Sprüh- und Arbeitsbreite von 15 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 kmh und kostet 21.000 Euro. Beim Design kann gewählt werden, nichts oder mit einem Mixer, das ist der hier, oder zurück zu nichts. Das sieht so aus, als wäre das eine Spritze, die geeignet wäre für die Wein- und Oliven-Düngung. Ist leider nicht so, weil dieser Sprüharm nicht genug weit hoch geht. Das heißt, hier werden wir also die Weinreben nicht übergehen können. Leider funktioniert das hier in dem Fall nicht. Wir kommen zum Lizard Grubber 2M. Dieser kommt von QWERTY PL und Patagologia. Downloadgröße 3,83 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 450 Kilo, braucht 25 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern. Grundpreis 1250 Euro. Hier kann eine Walze hinzugefügt werden, ja oder nein? Die Hauptfarbe kann aus dieser Vintage Farbpalette ausgewählt werden und die Designfarbe kann ausgewählt werden zwischen Schwarz, Schwarz 2, Schwarz 3 und Schwarz 4. Wir kommen zu der WAMA Palettengabel. Diese kommt von ANTI, Downloadgröße 0,93 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Palettengabel mit einem Gewicht von 100 Kilo und kostet 1700 Euro. Dies ist gedacht natürlich, um einen Frontlader angebaut zu werden. Die nächste neue Mod heißt Deutzfahrt TTV 7 Series, kommt von STV Modding, Downloadgröße 15,26 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit der standardmäßigen Leistung von 224 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 535 Litern, 87 Litern DEV. 63 kmh ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,6 Tonnen und kostet 182.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin Continental, Mittas, BKT Friedestein und Trellerborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Standard-Chrom, das betrifft dann hier diese Lüftungsschlitze hier, dann das Auspuffrohr und auch der Innenraum wird geändert. Und dann gibt es noch die Gold-Version. Beim Design kann gewählt werden zwischen LED 1, 2 und Standard. Dann kann ein Frontlader-Anbau hinzugebaut werden, ja oder nein? Die Motorenausführung, da haben wir den 72 10er TTV mit 224 PS, den 30er mit 245 PS, den 50er mit 263 PS und dann haben wir noch die 72 50er TTV Warrior Version, auch mit 263 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus Grün, Schwarz und Grau und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Spezial, Silber und Schwarz. Ich finde, dieser Traktor klingt richtig gut. Und ihr könnt sehen, hier habe ich natürlich schon ein paar Sachen geöffnet, man kann Türen, hinteres Fenster, oberes Fenster und so weiter kann man öffnen. Wir kommen zum Los Antonios SR7 240 Flug von JM Garcia, Downloadgröße 13,96 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer hier in der Lizard Version und ist trotzdem nur für PC und Mac, das scheint mir ein bisschen komisch zu sein, wiegt 2,4 Tonnen, braucht 280 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 13 kmh und kostet 10.000 Euro. Der Rollentyp kann geändert werden zwischen doppelter Walze, Kombirolle, Stachelwalze, Winkelwalze und zurück zur doppelten Walze. Wir kommen zur Lizard S041 Q3 Gamma 5, dieser kommt von Heistel Mods und Piser, Downloadgröße 10,29 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Einzelkorn-Sämaschine mit einem Volumen von 240 Liter für Saatgut, wiegt 955 Kilo, braucht 40 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,7 Meter Arbeitsgeschwindigkeit 15 kmh und kostet 4.500 Euro. Hier können Abdeckungen entfernt werden und zwar dieser um die Ketten herum, ja entweder entfernt oder hinzugefügt. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und die Designfarbe kann ausgewählt werden zwischen Weiß, Gelb, Gelb 2 und Gelb 3. Wir kommen zum MMS Wide Bumper FH, dieser kommt von Lauser Play Greenland Farming, Downloadgröße 4,1 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Wide Bumper mit einem Gewicht von 300 Kilo und kostet 1700 Euro. Das Design kann geändert werden von 0 Kilo auf 250 Kilo, 250 Kilo 2, 500, Anhängerkupplung kann hier natürlich hinzugebaut werden, ja oder nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe natürlich ebenso. Wir kommen zum Saatgut-Add-On von DidyMod Passion, Downloadgröße 2,07 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Mod fügt hinzu, dass es für die einzelnen Fruchtarten auch entsprechende Saatgut-Optionen gibt. Einmal Gerste-Saatgut, Raps-Saatgut, Baumwoll-Saatgut, Gras-Saatgut, Mais-Saatgut, Hafer, Öhnrettich, Sorkum, Sojabohnen, Zuckerrüben, Sonnenblumen und Weizen-Saatgut. Der Preis ist jeweils 4.000 Liter 900 Euro und kann lediglich von diesen Maschinen verwendet werden, die mit in dem Paket daherkommen. Das sind alle Sehmaschinen, die im Grundspiel enthalten sind. Das sind also diese Vanilla-Sehmaschinen hier. Die sind alle, werden davon unterstützt. Bei der Auswahl muss man dann auswählen, was reingefüllt werden soll. Und zwar Mais-Saatgut, Sonnenblumen-Saatgut und so weiter, je nachdem, was die Sehmaschinen aussehen kann. Dazu gibt es auch noch das Saatgut-Add-On-Zusatzfunktion, ebenfalls von Didi Mod Passion Download, Größe 13 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Die Zusatzfunktion beinhaltet hinzugefügte Seed-Änderung nicht erlaubt. Das Entladen der Samen mit der gleichen Samen, die in der Sehmaschine geladen werden, wurde behoben. Wir kommen zum Wilson Silverstar Vieh-Anhänger. Dieser kommt von MacTrucker921, Downloadgröße 4,75 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar nimmt dieser Wilson Vieh-Anhänger 36 Stück Kuh, 50 Stück Schwein, 50 Stück Schaf und 12 Stück Pferd. In der Beschreibung steht, dass die Möglichkeit hinzugefügt worden sei, Hühner zu transportieren und dies seien dann 416 Hühner. Dieser Anhänger kommt mit einem Gewicht von 8 Tonnen, kostet 80.000 Euro und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus der etwas erweiterten Standardpalette. Wir kommen zum Bison BSZ110, dieser kommt von Loki86, Downloadgröße 58,63 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Paket mit 5 verschiedenen Einheiten. Einmal den Bison BSZ110 Engine 6CT107, dieser kommt mit einer Leistung von 150 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 240 Litern, 25 kmh ist die Maximalgeschwindigkeit, das Füllvolumen für das Erntegut liegt bei 5.500 Litern, wiegt 11,1 Tonne und kostet 118.000. Das Baujahr kann hier gewählt werden zwischen 88, 90er, 88er und 90er, das sind also die zwei Baujahre. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas und Trellerborg. Die Reifenvarianten kann ich mal kurz durchgehen, aber gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Dann gibt es zusätzliche Arbeitsscheinwerfer, entweder vorne am Rohr, hinten Front und Rohr, vorne hinten, Rohr und hinten oder alle zusammen. Die Rundumleuchten können auch noch erweitert werden, von der einzelnen zu der doppelten und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß, Grau, Rot und Blau. Dann haben wir den Bison BS Z110 mit der Engine SW680. Dieser kommt mit einer Leistung von 220 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 240 Litern, 25 kmh ist die Maximalgeschwindigkeit, 5.500 Liter ist das Füllvolumen für das Erntegut, 11,1 Tonne wiegt dieser Drescher und kostet 128.000 Euro. Auch hier gibt es wieder die Optionen zu den Baujahren, hier gibt es etwas mehr Optionen, 96er, 98er Version und so weiter und so fort. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas und Trellerborg. Dann gibt es wieder die Arbeitsscheinwerfer, die können verändert werden, natürlich das haben wir schon gesehen, das ist X-Eco mit dem vordergehenden Modell. Dann gibt es hier den Fahrersitz, der ist entweder serienmäßig hier so eingebaut oder da kommt der optionale Fahrersitz rein. Dann gibt es den LH-Agro Computer, da wird dann hier eingebaut, das ist dieses Display hier. Rundum leuchten wie gesehen, entweder einzeln oder doppelt und natürlich auch hier die Felgenfarbe kann gewählt werden aus denselben Farben wie vorhin. Und zu guter Letzt haben wir den Bison BS Z110 mit der Z8604 Motor. Motor, dieser kommt mit einer Leistung von 185 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 240 Liter, 25 kmh ist die Maximalgeschwindigkeit. Der Tank für das Erntegut ist bei 5500 Litern und wiegt 11,1 Tonne und kostet 132.000 Euro. Auch hier gibt es wieder die Einstellungen zu den Baujahren, dann gibt es wieder die Reifenhersteller, die gewählt werden können wie vorhin. Alles andere bleibt sich X-Eco wie bei dem vorhergehenden Modell. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich zu dem nächsten Teil weiter. Und zwar ist das der Bison BS Z110 Cutter, 4,20 Meter, kommt mit einem Gewicht von 1,3 Tonnen, Arbeitsbreite wie der Titel sagt, 4,2 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 kmh und kostet 21.500 Euro. Und wir haben dann noch den BS Z110 Cutter, 5 Meter, der kommt mit einem Gewicht von 1,4 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 8 kmh und der Preis liegt bei 29.375 Euro. Hier gibt es verschiedene Farbkombinationen, die ausgewählt werden können. Ja, viel Spaß damit. Die nächste neue Mod heißt Bienenanhänger, dieser kommt von Markkart, Downloadgröße 4,57 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieser Bienenanhänger zu finden im Baumenü unter Tiere und Bienen, ist dieser Anhänger hier natürlich, Kostenpunkt zum Platzieren 26.000 Euro, Aktionsradius liegt bei 150 Meter und Liter Honig pro Tag liegt bei 155 Litern. Und die Unterhaltskosten pro Tag liegen bei 0 Euro. Wir kommen zum alten Schweinemaststall, dieser kommt von Razak, Downloadgröße 7,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü natürlich unter Tiere und Schweine, ist dieser Riesenstall hier, Kostenpunkt zum Platzieren 164.000 Euro, Unterhaltskosten pro Tag 150 Euro und Fassungsvermögen für die Schweine liegt bei 200 Tieren. Das ist dieser Stall hier. Natürlich liegt der Futterträger hier, hier wird das Futter eingefüllt und hier gibt es auch noch den Wassertank. Also hier muss natürlich auch entsprechend Wasser eingefüllt werden. Die nächste neue Mod heißt Skandinavisches Gebäudepaket, kommt von Pixelfarm und Oscar 8599, Downloadgröße 20,31 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Da gibt es drei Hallen, einmal das Lager, das ist diese Halle hier, da gibt es nichts weiteres dazu zu sagen. Dann gibt es diese Halle hier, die kombiniert ist mit einer Waschstation und des Weiteren haben wir noch die Muskin Hall, also eine Getreidelagerhalle. Der Kostenpunkt zum Platzieren liegt zwischen 267.000 und 510.000 Euro. Hier haben wir den ersten Teil dieser großen Halle, das ist enorm dieses Gebäude, hier kann man Licht ein- und ausschalten. Sieht richtig schön aus. In der Mitte dieser Halle haben wir dann auch noch mal einen Lichtschalter und hier haben wir den fest eingebauten Kärcher, der verwendet werden kann, um die Maschinen zu säubern. Und dann haben wir hier hinten noch einmal einen Zugang dazu, das ist dann eine etwas kleinere Halle, die noch dabei ist. Auf jeden Fall ein riesengroßes Gebäude. Die nächste neue Mod heißt Animated Object Erweiterung. Erweiterung, dieser kommt von Hot Online Team und Zumbold Downloadgröße 14kb in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Hier gibt es einen Change Log Debug Einträge entfernt, jedoch das kommt als neue Mod. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Vielleicht kann ja der Modder dazu Stellung beziehen. Und was dieser Mod macht, macht die Tore automatisch. Wenn ich jetzt hier mit dem Traktor hinfahre, öffnen sich die Tore automatisch. Kann dann reinfahren, das Tor schließt sich wieder automatisch. Kann dann hier meine Arbeit entrichten. Und kann dann natürlich auch entsprechend wieder rausfahren, auch wieder mit automatisch bewegten Touren. Dies soll bei allen Toren gelten. Es gibt in der Beschreibung eine Beschreibung, wie man diese Funktion deaktivieren kann. Dann schauen wir mal, ob man beim nächsten auch gleich das automatisch öffnen können. Oder ob das jetzt tatsächlich wirklich Zufall war. Doch, geht tatsächlich auch automatisch. Was uns zur nächsten neuen Mod bringt, und zwar ist das der Metallschuppen-Kon von Gratius und Philipp. Downloadgröße 6,26 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Metallschuppen hier, kostet 35.000 Euro zum Platzieren. Unterhaltskosten pro Tag 20 Euro. Wie wir gesehen haben, kann man hier die Tore öffnen. Dann haben wir hier einen Unterstand, eine kleine Halle. Hier haben wir den Unterstand, etwas größer. Ja, Lichtoptionen gibt es hier weder innen noch draußen. Aber die Textur scheint richtig gut gewollt zu sein. Wir kommen zu der Getreidemühle Plus. Diese kommt von MacTrucker 921. Downloadgröße 3,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden natürlich im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Ist diese Getreidemühle Plus hier. Kostenpunkt zum Platzieren 96.000 Euro. Und hier kann produziert werden natürlich die Standardrezepte für Mehl. Dazu kommt Mahlzeit mit Getreide und einmal gebrochener Mais. Und zwar ist es wahrscheinlich ein Fehler. Das gebrochene Mais soll wahrscheinlich Schroth, Mais-Schroth bedeuten. Hier also Mehl, Kornmehl und gebrochener Mais. Was uns zu der letzten neuen Mod führt. Und zwar heißt diese Milchtankerweiterung. Kommt von Nailu. Downloadgröße 0,80 MB in der Version 1.0. Und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude. Und Silo-Erweiterung ist diese Erweiterung. Hier muss also in der Nähe eines Kuhstahls platziert werden. Fassungsvermögen 10.000 Liter. Kostenpunkt 8.000 Liter zum Platzieren. Und Unterhaltskosten pro Tag liegen bei 2 Euro. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Mod-Videos und auch keine anderen Inhalte auf dem Kanal verpassen möchtest, dann hol dir dein kostenfreies Abo ab. Natürlich kannst du auch dein Abo abholen, wenn du den Kanal einfach unterstützen möchtest. Damit möchte ich dieses Mod-Video abschließen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns morgen am Donnerstag wieder mit den Mods von morgen. Dann sage ich danke, tschüss und hasta luego.